Kick-Off am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Schönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 29. August 2023. Ich bin Vibola Köxt und das wird heute wichtig. Heute Vormittag tritt in Bayern der Sonderkoalitionsausschuss zum Fall Hubert Aiwanger zusammen. Am Wochenende war ein altes Flugblatt aus den 80er Jahren mit üblen antisemitischen Inhalten aus Aiwangers Umfeld aufgetaucht. Aiwanger, der damals 17 Jahre alt war und heute Chef der Freien Wähler ist, hatte zurückgewiesen, das Papier verfasst zu haben. Gleichzeitig räumte er ein, dass Exemplare bei ihm in der Schultasche gefunden wurden und er deshalb von seiner Schule eine Strafe bekommen hatte. Wenig später bekannte sich dann sein Bruder dazu, das Flugblatt geschrieben zu haben. Ministerpräsident Markus Söder von der CSU, die in Bayern gemeinsam mit den Freien Wählern regiert, gibt sich mit diesen Erklärungen offenbar nicht zufrieden, denn er hat gestern die Freien Wähler zu einer Sitzung einbestellt. Dort sollen offene Fragen beantwortet werden. In dem Ausschuss heute wird sich dann wohl auch entscheiden, ob und wie die Koalition zwischen den Parteien weiter bestehen wird. Söder hat im Grunde drei Möglichkeiten zu reagieren. Zum einen könnte er bis zur Wahl am 8. Oktober weiter mit den Freien Wählern regieren und sich danach einen neuen Koalitionspartner suchen. Eine zweite Möglichkeit wäre, wieder ein neues Bündnis mit den Freien Wählern zu schließen. Dafür müsste sich aber die Partei von Aiwanger distanzieren. Dagegen spricht, dass Aiwanger im Prinzip die einzige Führungsfigur der Freien Wähler ist. Die dritte Option für Söder wäre der sofortige Bruch mit der Koalition, was aber ebenfalls als unwahrscheinlich gilt. Heute beginnt die Kabinettsklausur der Ampelkoalition auf Schloss Meseberg nördlich von Berlin. Das große Streitthema der Kindergrundsicherung ist vom Tisch. Da hatten sich SPD, Grüne und FDP Sonntagnacht noch zu einer Einigung durchringen können. Die Details können Sie in der Kick-Off-Folge von gestern Nachmittag nachhören. Den Ampelparteien bleiben aber noch genügend Streitthemen für die Klausur übrig. Eines davon ist das Wachstumschancengesetz. Dadurch soll die Wirtschaft angekurbelt werden. Vergangene Woche hatte die grüne Familienministerin Lisa Paus den Entwurf von Finanzminister Christian Lindner für dieses Gesetz blockiert. Jetzt ist der Plan, in Meseberg eine Einigung zu finden. Außerdem steht der sogenannte Industriestrompreis auf dem Zettel. Da gibt es momentan noch Einwände von der FDP und auch von Kanzler Olaf Scholz. Überraschende Aussagen des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy könnten auch heute noch für Diskussionen sorgen. Zelenskyy hat in einem Interview gesagt, dass er eine Verhandlungslösung für die seit 2014 von Russland annektierte Krim für möglich halte. Das käme einer Aufgabe dieses Teil des Staatsgebiets gleich. Bisher hatte Zelenskyy immer betont, die Krim militärisch zurückerobern zu wollen. In dem Interview am Sonntag sagte er, Wenn wir an den Verwaltungsgrenzen der Krim sind, denke ich, kann man politisch die Demilitarisierung Russlands auf dem Gebiet der Halbinsel erzwingen. Unterdessen hat die ukrainische Armee in der Gegenoffensive nach Angaben aus Kiew einen strategischen Erfolg errungen. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Mayar sagte am Sonntag, dass das Dorf Robotny in der Region Zaporizhne befreit worden sei. Anfang Juni hatte die Ukraine mit ihrer militärischen Gegenoffensive begonnen. In Bayern drohen heute Hochwasser. Seit mehreren Tagen hatte es, besonders im Alpenvorland, anhaltend und stark geregnet. Gestern hatte der Deutsche Wetterdienst für mehrere Kommunen an der Donau und der Ilm eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Auch in den Landkreisen Mühldorf und Rosenheim wird mit Überschwemmungen gerechnet. Außerdem könnten Erdrutsche auftreten. In der Dreiflüsse-Stadt Passau haben die Vorbereitungen auf das Hochwasser schon gestern begonnen. Für die Donau erwartet der Hochwassernachrichtendienst heute einen Maximalpegel von 8,10 Meter. Das war Kick-Off am Morgen. Die zweite Folge dieses Dienstags hören Sie ab 17 Uhr dann mit dem Thema des Tages. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kick-Off auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Feedback und Ideen erreichen Sie uns per Mail unter kickoff-at-feld.de Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag.